Schönen guten Morgen, Mahlzeit, beinahe schon. Ja, ich war letztes Jahr hier und habe letztes Jahr gesprochen über das Computermuseum München mit so Dingen, die wir so erlebt haben. Dieses Mal wird es nicht ganz so lustig werden, aber trotzdem hoffe ich interessant für alle. Und zwar wollte ich ein bisschen was erzählen, darüber wie das Supercomputing zur Welt kam. Ich hatte eigentlich vor, einen Vortrag zu machen über die Geschichte von Cray mit so ein paar Seitenästen. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass das ein sehr großes Fass ist, wo der Boden weit unten ist. Und habe mir gedacht, das musst du ein bisschen in Häppchen aufteilen und fangen wir halt mal vorne an. Und das ist eben der Versuch, genau da vorne anzufangen. Kurz zu mir selber. Ich habe irgendwann mal was mit Strom gelernt und studiert. Ich war dann lange angestellt im Solaris-Umfeld. Ich habe viel mit Sandkram gemacht. Ich bin seit etlichen Jahren freiberuflich. Ich habe dann auch eine Firma mitgegründet. Wir machen E-Mail-Infrastruktur, also eigentlich nichts mit Großrechnen, sondern ganz andere Dinge. Aber ich bin eben auch seit 2003 im Computermuseum München, damals war es noch crycyber.org, engagiert. Und dort sammeln wir eben alte Großrechner, restaurieren die Maschinen, versuchen die zu betreiben. Man lernt dort eine ganze Menge. Und ich bin dann so auch dort der Mann fürs Grobe. Also alles, keine 30 Ampere, so ein bisschen Kriegstrom. Das muss schon richtig Dampf haben, das Zeug. Wer irgendwie mir folgen will, es gibt hier eine ganze Reihe Möglichkeiten in Social Media. Ich bin da sehr aktiv. Darüber kann man mich auch gerne ansprechen, wenn man irgendwas wissen will. Ich versuche immer entsprechend zu reagieren. Ja, ich habe schon kurz erwähnt, das Thema Geschichte von Cray ist ein sehr umfangreiches. Es sind ja auch ein paar Jahre, es gab Verkäufe, Aufkäufe, dann wieder Ausgründungen. Deswegen wird es heute mal nur um einen Teil davon gehen. Ich habe vor, diese Vortragsreihe weiterzuführen. Das heißt, auch auf den nächsten in München VCFE und auch hier in Berlin am VCFB werde ich dann eben auch mit diesen Vorträgen jeweils versuchen, dabei zu sein. Dass man auch so die Geschichte ein bisschen verfolgen kann. Und die Idee dahinter ist, nicht nur die Technologie an sich zu vermitteln oder zu zeigen, sondern mir liegt immer so ein bisschen dran, auch die Kultur außenrum. Wo kommen die Firmen her, wo kommen die Leute her, wo gehen die Leute hin? Weil es dann auch ein paar Rückschlüsse gibt, warum in der Entwicklung manche Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind. Und das finde ich eben ganz interessant, sich damit zu beschäftigen. Die Vortragsfolien gehen dann auch online, wahrscheinlich heute Nachmittag oder morgen. Wenn also jemand das nachlesen will, am Ende sind auch noch Quellen dazu, wenn jemand selber Videos schauen will, Bücher lesen will. Dann ist es da entsprechend erwähnt. Worum soll es heute gehen? Supercomputing Early Years hat sich getauft. Das geht 1946 los, so nach dem Krieg. Eigentlich schon im Krieg, aber die eigentlich kommerzielle Richtung passiert dann eben nach dem Krieg. Es spielen zu der Zeit zwei wesentliche Firmen eine Rolle. Das ist einmal diese Firma ERA. Nein, Quatsch, drei Firmen. Vier. ERA, Engineering Research Associates, das ist so, ich werde da gar nicht was dazu sagen, das kommt so aus der US Army raus. Dann gibt es Eckart Moschley, das Eckart Moschley Institute, wo dann die Univec herkommt. Remington Rand hat die beiden irgendwann mal gekauft. Und dann wurde im Laufe der Zeit Contra Data Corporation ausgegründet. Und das ist so der Punkt, wo ich dann auch aufhöre ungefähr. Also ungefähr 1960 hat dann Contra Data den ersten eigenen Supercomputer am Markt. Und das wird auch das Ende des Vortrags sein. Und eine zentrale Rolle in dieser ganzen Zeit spielt ein Seymour Gray, weil der eben maßgeblich beteiligt war an den Architekturdesigns, an den Entscheidungen von diesen Systemen. Und was auch in diese Zeit fällt, das ist die Entscheidung, macht man weiter mit Röhren oder geht man auf Transistortechnik. Ich weiß nicht, wer gestern bei dem Vortrag von Ansgar war, über die Desktop Workstations, Geschichte der Workstations. Der, finde ich, hat ein bisschen den Teil ausgelassen in der Geschichte. Allerdings gibt es auch da keine Workstations von diesen Firmen tatsächlich. So, wo geht das Ganze los? Auch die USA hatte, die US Navy im konkreten Fall, hatte eine Code-Breaking-Unit, also ähnlich wie die, wie Bletchley Park in England. hieß Communication Supplementary Activity aus Washington, so war die Bezeichnung von dieser Unit. Und als dann der Krieg zu Ende war, waren die Leute dort, das waren zum guten Teil Mathematiker im Wesentlichen, die haben sich gedacht, irgendwie war das, was wir hier gemacht haben, jetzt eigentlich technologisch ziemlich cool, das würden wir ganz gerne weitermachen, der Krieg ist aus, die Armee braucht das eigentlich nicht mehr, was können wir tun, wir wollen nicht mehr in den Armeedienst weiter eintreten. Und dann haben sie angefangen, darüber nachzudenken, wir könnten eigentlich eine Firma gründen und versuchen, diese Technologie weiter zu benutzen. Das ist nach dem Krieg, wissen wir alle, da gab es dann diese, so kalter Krieg mäßig, es war immer noch das Feindbild da, das heißt, man hat immer noch den Bedarf an Kryptologie oder an Entschlüsseln, also so Kryptoanalyse, das heißt, das Geschäftsmodell war im Prinzip schon tragbar, durchaus möglich. Und ja, dann hat man eben angefangen, dieses Engineering Research Associates zu gründen, ERA 46, mit, das waren so die Treiber davon, dieser Herr Norris wird später noch wichtig werden, das ist nämlich der Gründer von Control Data, oder einer der maßgeblichen Gründer und CEO später. Eine Firma braucht Geschäftsräume oder Firmenräume, wo man irgendwie arbeiten kann. Dazu gab es auch so einen Kriegsrest sozusagen, die sogenannte Glider Factory, wo jemand so eine Art unbemannte Segelflieger gebaut hat, die man also quasi über die feindlichen Linien abwerfen, nach hinten schicken konnte, ins Hintern, um irgendwelche Dinge zu transportieren. Und natürlich braucht man sowas auch nicht mehr, die Fabrik war da, die Räume waren da, es gab dann eben auch Verquickungen, man kannte sich, und ist dann in diese Firma eingezogen, in Minnesota. Das Ganze hat also ein bisschen ein Startup-Feeling tatsächlich, also man wollte irgendwie was tun, hatte ein paar Ideen, hatte auch ein bisschen Geld, und vor allem ganz wichtig, man hatte im Grunde auch schon den ersten Auftraggeber, nämlich die Navy, wo die Leute alle herkommen, weil denen hat man dann später einfach dieses Krypto-Zeug verkauft. Und die ersten Maschinen, die sie gebaut haben, das ist so richtig Elektronik, noch wenig mit Computern zu tun, sind sehr spezialisiert. Das ist einmal diese Maschine Goldberg und einmal diese Maschine Demon, die so tatsächlich speziell fürs Code-Breaken gedacht waren und für nichts anderes. Dann gab es eine Weiterentwicklung, wir sind jetzt Anfang der 50er, mit schon Röhren, das war dann schon so Computing-Geschichten, man hatte einen Trommelspeicher, das ist so, ich habe da keine Bilder dabei, ich habe nicht vergessen, aber keine Zeit reinzupacken, umfangreich. Also Trommelspeicher, das ist so eine Trommel, die dreht sich mit Magnetbeschichtung drauf, es sind dann viele, viele Spuren und jede Spur hat einen eigenen Kopf. Und so kann man dann eben auf, es ist schon Magnetaufzeichnung, Daten schreiben und lesen. Das Interessante war, als man versucht hat, diese Computer zu verkaufen, das war also auch schon ein Stored Program, das heißt, man konnte auch das Ding für andere Sachen benutzen als zum Code-Brechen, wenn man entsprechend die programmiert hat. Als man versucht hatte, diese Systeme zu verkaufen, wird so eine Situation geschildert, wo dann die Leute bei einem potenziellen Kunden saßen und denen das eben angepriesen haben, was sie da tolles haben, Rechner und Trommelspeicher. Und der hatte Interesse an den Trommelspeichern alleine. Und dann saß ja der Vertriebsmensch, dieser, saß dann da am Tisch und hatte auf die Frage, was der Trommelspeicher alleine kosten würde, keine Antwort. Hat man dann sehr schnell geändert, man hat dann irgendwie angefangen, sich zu überlegen, wie kann man das Ding modular machen und eben auch in Einzelteilen verkaufen, wenn es der Kunde haben will. Und Contadata, die dann daraus hervorgingen, die haben bis zum Schluss relativ viel auch an Platteneinheiten oder einzelne Festplatten verkauft. Das war ein großer Plattenhersteller. Gut, nach Atlas kommt Atlas II als Nachfolgesystem, war von der NSA in Auftrag gegeben. NSA ist auch so ein Ding, das aus diesem Code-Breaking-Zeug hervorgeht, aus dem Krieg. Also es gibt eine enge Verknüpfung. Die Entwicklung war damals natürlich noch geheim, NSA, die wird man nichts rauskriegen. Interessant ist, das System wurde verkauft, dann auch später kommerziell als ERA 1103. Die Nummer ist später noch wichtig. Kann man sich mal im Hinterkopf behalten. Mitbewerber, auch das sind durchaus bekannte Namen. Ein paar davon gibt es heute noch. NCR ist heute noch aktiv. Raytheon baut immer noch, man könnte sagen, Kriegsgeräte. Die sind immer noch in diesem Verteidigungs- und Militärmarkt unterwegs mit viel spezieller Elektronik und eben auch Computer-Geschichten, Software. Eckert Morshly war natürlich auch ein Konkurrent, der dann später gekauft wurde. Ja, und 51 ist dann eben auch ein Sima Cray, der dann bei ERA auftaucht. Und es ist mehr zufällig, der ist nicht irgendwie mit seinem Master fertig, braucht irgendwie Geld, weil er das erste Kind unterwegs ist. Und er wohnt dann eben auch, oder er studiert in Minnesota, wohnt ja auch dort in der Nähe. Und ERA hat eben Leute gesucht. Und jetzt hat er dann einfach hin und dann hat er irgendwie wieder angefangen zu arbeiten. So, kurzer Ausflug zum Herrn Cray, der übrigens morgen vor 19 Jahren verstorben ist. Nur so nebenbei. Viel zu früh, der ist gestorben an den Folgen eines Autounfalls, dem beim Überholvorgang wurde von der Straße abgedrängt und ist dann zwei Wochen später im Krankenhaus verstorben. Sein Vater war eben auch schon Ingenieur, das heißt, er hat schon so die Technologie ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen. Er hat ja relativ, ja, normales, weniger aufgeregtes Leben so bisher, war natürlich auch im Krieg, Europa und Pazifik, als Funker. Daher kennt er eben auch, weiß er, mit Röhren umzugehen. Man hat das ja damals mit so Funkempfänger, Sender und so weiter, man hat alles mit Röhren gebaut. Hat dann nach dem Krieg erst den Bachelor in Electrical Engineering gemacht und dann später auch noch den Master in Mathematik obendrauf. Und das ist dann eben der Punkt, wo er angefangen hat, sich Arbeit zu suchen und ist dann eben auch bei dieser ERA untergekommen. Dort fällt schnell auf, dass er sehr gut Theorie und Praxis verknüpfen kann. Also die Kombination, nicht nur Dinge theoretisch zu wissen, sondern die auch praktisch umzusetzen, das ist so eine Eigenschaft, die sich auch durch sein ganzes Leben zieht und die dort von seinem Vorgesetzten sehr schnell aufgenommen wird oder wahrgenommen wird. Und auch, was damals durchaus nicht üblich war, das Verständnis für Digitalschaltungen, weil die ja noch sehr neu waren. Damals hatten wir halt irgendwie noch viel Analogtechnik und so weiter. Und aber so das Denken in digitalen Funktionen, in und und oder, auch das fällt schnell auf. Und das führt dann dazu, dass er wurde eingestellt für, stand das nicht irgendwo da drauf? Nein. Er wurde eingestellt ursprünglich um Pulsübertrager zu dimensionieren, zu entwickeln, zu bauen, also so Transformatoren-Geschichten, wurde dann aber sehr schnell aufgrund seiner Fähigkeiten und dem Verständnis für diese Dinge sehr schnell zum Designer ernannt, eben für das Control-System von diesem EHA-1103. Und Control-System würde man wahrscheinlich heute sagen, das ist so der Micro-Code von der CPU, also das, wo dann quasi die einzelnen Funktionen dann abgebildet werden. Und er ist eben auch sehr schnell, das waren dort die Stufen in der Karriereleiter, vom Senior zum Projet- und Supervising-Engineer befördert oder ist eben aufgestiegen. Und er war bei den Kollegen, bei seinen Untergebenen auch sehr gefürchtet, weil er eben sehr ungeduldig war. Er hat immer alles sofort verstanden und die anderen eben nicht. Und dann, das kann doch nicht sein. Das führte dazu, dass er eine ganze Reihe Leute sich intern versetzen ließen, an andere Stellen hin und dann doch wieder relativ nach kurzer Zeit Räume zurückgekommen sind, weil sie halt bei Kray sehr viel mehr lernen konnten als woanders. Und dazu habe er eben sozusagen das Ungeduld in Kauf genommen, um halt trotzdem von dem Wissen zu profitieren und von der Lernkurve. So. Auch 1950, eigentlich noch ganz kurz bevor Kray dort auftauchte, wurde die, ähm, nein, Quatsch, Ära bleibt Ära erst mal Ära. Eine Firma, Remington Rain, die sehr groß war, auch so Elektronikhersteller, die haben, äh, eine Firma Ära gekauft. Ähm, nein, was erzähle ich für ein Quatsch? Da oben sind wir. Ähm, erst kaufen sie Eckhardt Morschl. Eckhardt Morschl, das sind die Univec-Leute, ähm, an einem ganz anderen Teil, ähm, der USA, äh, äh, also nicht irgendwie mit meiner Nähe von Remington Bank gekauft und ein Jahr später dann eben auch, ähm, kauft die gleiche Firma diese ERA, wo Kray arbeitet. Und diese Aktienanteile von John Parker, wenn wir ein paar Seiten zurückgehen, ähm, der hat zum Beispiel damals diese Glider Factory, äh, investiert. Das war ein Investmentbanker, der hat das schon irgendwie so gerochen oder abgesehen hat können, ähm, und aus, ähm, aus dessen, ähm, quasi der hat seine Anteile verkauft an Remington Rand und damit wurde ERA ein Bestandteil von Remington Rand. Das führt dann zu ein paar Spannungen innerhalb, äh, quasi der Firma, des Konzerns, weil es eben einmal diese Eckhardt Morschl-Leute gibt und einmal diese ERA und beide machen im Grunde das Gleiche, nämlich Röhrencomputer. Aus der Historie raus kommt eben diese ERA aus den, aus den, aus den, aus der Militär, umfällt, ne, so von, von der Gründung her, haben ihren Atlas-Computer und die Eckhardt Morschl-Leute machen mehr so die, die Business, äh, Computing, die Business-Klasse, äh, mit ihrer Univec. Und der Unterschied, ich hab's hier draufgeschrieben, stellt sich raus, diese Univec 1, ähm, war vom Aufbau her so, dass sie irgendwie nur sehr kurze Laufzeiten hatte, da mussten lauernd Röhren getauscht werden, die, ähm, bei dem Atlas waren sicherlich auch Röhren kaputt, aber der war einfach von der Konstruktion her so, dass es weniger ausmachte. Ähm, ich weiß nicht, die Pläne kenne ich nicht, ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich besonders redundant war, wahrscheinlich nicht, aber ich denke mir halt einfach, ähm, der war so aufgehört, dass der Röhrenausfall vielleicht nicht so das Problem war. Oder auch vielleicht nicht so in einem, in einem Extrembereich betrieben, die Röhren. Solche Sachen könnte man sich vorstellen. Jedenfalls ist dieser Atlas-Rechner sehr viel zuverlässiger gelaufen als quasi das Konkurrenzprodukt im eigenen Unternehmen. So, Mitte der 50er bekommt dann Remington Rand den Auftrag zur Steuerung für Hinterkontinentalraketen von der US Air Force. Ähm, und damit betraut wurden innerhalb des Remington Rand zum einen die Eckhardt-Morschel-Leute, sprich die Univac-Leute, die untersuchen sollten, wie man das Ding umsetzen kann, bauen kann und auf der anderen Seite auch, ähm, die ehemalige ERA-Truppe. Und, ähm, unter dem Supervisor-Engineer Seymour Gray gab es dann eben zwei Teams. Einmal geleitet von Jim Thornton, einmal von Dolan Toth. Und die sollten zwei, ähm, zwei Prinzipien untersuchen, wie inwieweit die geeignet sind. Magstep, das ist ein auf Magnetschaltern basierter Computer. Also man braucht immer irgendwie Schaltern, man muss halt Gatter im Grunde bauen und einen Oterglieder. Und, ähm, dieser Dolan Toth, der hatte die Aufgabe, das Ganze mit Transistoren zu regeln. zu realisieren. Und, ähm, Problem ist, dass halt für Transistoren, die waren zu der Zeit sehr neu, das heißt, man hatte keine, ähm, irgendwie Best Practices, keine Erfahrung, wie man da jetzt irgendwie Schaltungen aufbauen soll. Ähm, das war sehr viel Versuch und Irrtum. Das führte dann dazu, dass es eben sehr, sehr, ähm, lange dauerte. Und, ähm, es gibt dann auch die Überlieferung, dass halt nach vier, fünf, sechs Wochen ein Herr Crater mal vorbeigeschaut oder so, nach dem Motto, wie kommt ihr denn vor, was dauert denn so lange? Ja, ähm, gibt eben Schwierigkeiten. Wir wissen nicht genau so und so und so. Und dann ging er wohl an die Tafel oder ein bisschen rumskizziert und, ähm, meinte dann so nach zehn Minuten, ja, so müsste es gehen, baut, probiert das mal so und genau so war es dann auch, hat funktioniert. Also auch da merkt man wieder so die, die, die Genialität von diesem Menschen, der so solche Sachen einfach so quasi aus dem Bauch raus umsetzen kann. Ähm, Vorteil vom Transistor ist ganz klar, der ist sehr viel kleiner, der ist, äh, sehr viel zuverlässiger auch als Röhren, auch schneller, aber er kostet eben sehr, sehr viel mehr Geld. Und man braucht eben nicht nur einen in so einem Computer, sondern irgendwie ein paar tausend. Also wird das dann schon mal irgendwie schnell teuer. Eckert-Morschel, wie gesagt, machte dieselbe Untersuchung, also die sollten auch überprüfen, ähm, was davon irgendwie, ähm, ähm, besser, die bessere Methode wäre, um das umzusetzen, diesen Auftrag, ähm, kamen auch zum selben Ergebnis, aber lustigerweise sollten trotzdem mit dem Magnetschalter umgesetzt werden. Aus, äh, Kostengründen schlussendlich. Kurz danach wurde eine Firma Remington Rand mit Sperry fusioniert, hieß dann Sperry Rand, und, äh, jetzt geht's los, dass plötzlich das Business Einzug hält und nicht mehr nur das Engineering, das heißt, jetzt geht's plötzlich um Kosten, ähm, man muss vielleicht, äh, billiger designen, billiger produzieren, und das ist, ähm, gerade bei den EAA-Leuten, wir wissen alle, ne, ein Militär hat immer irgendwie Geld ohne Ende, ähm, das heißt, da muss man jetzt auch auf die Kosten schauen, und denen war das irgendwie zuwider, also die wollten das so richtig Engineering-mäßig, äh, wir machen das, wir ziehen das durch, ähm, und wurden eben entsprechend unzufrieden mit dieser Business-Geschichte. Und wenn man unzufrieden ist, ähm, wie das so ist, dann fängt man an, so, was können wir denn machen, irgendwie kündigen, was anderes machen, also denkt man drüber nach, eine Firma zu gründen. Haben das intern eine ganze Weile, äh, diskutiert, sind, äh, federführend diese vier Personen, und dieser William Norris eben, der ist auch schon, äh, Gründer von dieser EAA gewesen. Das heißt, der weiß im Grunde, wie es geht, wie man so ein Business, äh, startet und, ähm, äh, äh, lostritt. Allerdings das Problem ist, ähm, in dem Fall gibt's keine so enge Verknüpfung mehr zur Army, weil die, weil das eben schon eine Firma ist, und die, natürlich bleiben die Army-Kontakte bei dieser, ähm, Spary-Rent, wo sie eben auch, äh, betreut werden, und die, äh, Geräte bauen. Das heißt, man würde eine Firma starten und hat nicht so wirklich Kunden, weil es eben noch keine Regierungsabstärke vor allem gibt. Das ist immer so das Ding, was die gerne haben wollten. Ähm, sie haben dann kalkuliert, Plan ist, äh, 600.000 Dollar Startkapital zu der Zeit, ähm, sie wollten das realisieren per Aktienverkauf, das heißt, ne, man sagt irgendwie, wir gründen eine tolle Firma und kauft Anteile bei uns, ist heute immer noch so, ähm, Problem ist, dass Computer zu der Zeit in dem Stil keiner wirklich kennt. Den Banken ist es zu unsicher, private Investoren kennen es nicht, die wissen nicht, was da mit Möglichkeiten, äh, verbunden sind. Es gibt, ähm, ungefähr aus der gleichen Zeit dieses berühmte Zitat von, äh, Thomas Watzel von IBM, der meinte, es gäbe auf der Welt einen Markt von fünf Computern. Ähm, das ist sicherlich nicht, äh, hilft nicht, äh, dazu bei, wenn man irgendwie Geld auftreiben für eine Computerfirma, wenn es solche Statements dann gibt. Aber, trotzdem haben sie es, äh, versucht, das Geld zusammenzukratzen, äh, zum Beispiel aus dem Auto raus, also diese beiden, Drake und Ryden hier, Finanzvorstand und Marketing, haben wir so versucht, äh, trotzdem ihre Firma anzupreisen, zum Teil, zum Beispiel bei ERA auf dem Firmenparkplatz, aus dem Auto raus, wenn die Mitarbeiter abends nach Hause gingen, so wegen, wir haben hier was Cooles vor und willst du nicht mit einsteigen, willst du dich ja nicht beteiligen. Irgendwann sind es draufgekommen, dass es, äh, viel lukrativer ist, Dinnerpartys zu geben, wo die Leute, die dann zur Dinnerparty da sind, irgendwie so im, im Rahmen des Abendessens eingeführt werden, in was denn da irgendwie tolles am Entstehen ist und ob sie nicht irgendwie Geld geben wollen. Und sie haben sage und schreibe, das Doppelte an Kohle aufgetrieben, äh, was sie ursprünglich, äh, geplant haben. Also, eigentlich, durchaus erfolgreiches, äh, Funding, würde man sagen. Und so kommt es dann eben, äh, äh, 57, im Herbst 57, zur Gründung von Control Data. Mit damals noch keinem Sima-Cray, der war noch in einem Projekt bei Sperry Rant beschäftigt und man wollte, in einem Navy-Projekt, man wollte die Navy nicht, ähm, verärgern. Aber trotz allem hatten sie endlich ihre eigene Firma. Ähm, das erste Büro war in einer 501 Park Avenue, auch die Nummer ist später noch mehr wichtig. Ähm, es war ein Papierlager von einer Zeitung mit so großen Papierrollen auf Paletten, ähm, es war laut und staubig, eigentlich keine schönen Arbeitsbedingungen, aber das war eben, ne, so ihr, wir haben wieder eine Firma, wir können wieder irgendwie anfangen. Ähm, es gibt auch Erzählungen, wo dann, ähm, in so einer Cray-Biografie, äh, wo er dann so schreibt, dass er irgendwie, er hat immer gerne nachts gearbeitet, wo irgendwie weniger los war, weil dann konnte er in Ruhe halt seine, ähm, seine Dinge da durchdenken, wenn dann plötzlich irgendwie Paletten knacken, weil halt diese, diese Papierrollen so schwer sind und dann hat er schon irgendwie ab und zu Schiss gehabt, dass er irgendwie das ganze Gebäude zusammenbricht, aufgrund der Last von dem Papier. Ähm, und auch das bei so einer, bei so einer Neugründung, jetzt hatten sie zwar eine Firma, aber wussten nicht genau, was wollen wir eigentlich verkaufen. Ähm, Registrierkassen wäre eine Möglichkeit gewesen. Ähm, es wurde diskutiert, Erdölpumpensteuerungen, USA, ähm, viel Öl. Es wurde diskutiert, Produktdatenaufzeichnung für die Industrie, Produktionsdatenaufzeichnung. Ähm, damit waren sie zum Beispiel bei Chrysler, haben das irgendwie Chrysler vorgestellt, so, wir könnten bei eurer Herstellung da ganz toll die Produktionsdaten aufzeichnen, die ihr vielleicht irgendwie auswerten könnt. Die haben sie dann zum Teufel gesagt, das brauchen wir nicht, wollen wir nicht, ähm, macht keinen Sinn. Heute machen es alle, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, zur gleichen Zeit ungefähr, ähm, es gibt immer noch das, äh, Lawrence-Liffermann National Laboratory, die, ähm, damals Atombombe entwickelt, gebaut haben, oder den Auftrag hatten, das Ding zu bauen, also Nuklearwaffen, die, ähm, überwiegend per Simulation, ähm, entwickelt wurden. Und Simulation macht viel Rechenleistung. Das ist, ähm, im Grunde ist sowas eine finite Elemente-Methode mit vielen, vielen Differenzialgleichungen. Wir hatten gerade vorhin Analogrechner, ähm, gehört. Und, ähm, wenn man quasi bei so einer finiten Elemente-Methode, das ist so, so, so Gitter und an jedem Gitterpunkt, ähm, berechnet man die, die Parameter. Und wenn man das, das Gitter feiner macht, dann steigt die Rechenleistung, die man dazu braucht, exponentiell an. Und genau das wollten die tun, ne, weil wir natürlich die Entwicklung feiner haben und genauer haben, also muss man die, das Gitter feiner machen, also braucht man mehr Rechenleistung. Und, ähm, das führte dann irgendwann mal zur, zur Philosophie dieses Labors, ähm, dass, dass sie sagen, wir wollen immer das Schnellste und Größte, was es gibt, egal, was es kostet. Kosten spielen keine Rolle, wir sind militärfinanziert, ne, egal, wir wollen einfach eine Rechenleistung haben. Und das hilft ein bisschen dann auch dieser Control Data, weil damit natürlich, ähm, sozusagen zumindest der, der Bedarf da ist anstelle Rechenleistung. So, ähm, ein Herr Craig kommt nach, die Leute sind auf Produktsuche, ein Herr Craig sagt dann, alles, was ich kann, ist Computer bauen und gerne, was will ich tun. Und damit war klar, was, ähm, eine Firma Control Data in Zukunft ausliefern wird, nämlich Computer. Keine Registrierkasten, keine Erdölpumpen, sondern Computer. Ähm, also fangen wir an, so Dinge zu bauen. Sie wollten von Anfang an auch mit Transistoren arbeiten, die, 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 der Vergleich Transistor, Röhre und Magnetschalter war ja schon, äh, vorher vollzogen. Transistoren sind teuer, das ist schlecht für eine aufstebende Firma. Die haben zwar Startkapital, aber trotzdem muss man irgendwie, ähm, gleich zum Fenster rauswerfen. Also ging Cray los, ein paar, ähm, Schritte die Straße runter zum nächsten Block, da war ein Elektronikladen und dort hat er immer die Ausschusswaren gekauft, die halt irgendwie, äh, normalerweise wurden früher Transistoren bei der Herstellung, ähm, ausgewählt, die wurden ausgemessen, bevor es im Verkauf ging, das macht das Ganze teuer und, ähm, so die, die Bauteile, die nicht mehr ausgemessen wurden, das war halt dann so das Schüttgut quasi und das haben dann die Elektronikläder an den Bastler verkauft und genau das hat er gekauft, der Cray. Allerdings haben diese Dinger, ähm, ziemlich viel Bauteiltoleranz, weil es eben keine ausgesuchten Bauteile waren und dann hat er lange experimentiert, bis er eine Schaltung gefunden hat, ähm, wo quasi diese Bauteiltoleranz kein Problem mehr ist. Und jetzt habe ich heute leider meinen Elektronenschocker nicht dabei, meinen Schaltungstechnikschocker nicht dabei. Ähm, ich müsste, ich sollte es selber wissen, aber ich tue es nicht, weil das lange her ist. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Rückkopplung äh, von zwei Transistoren, sind über dem Emitter, gekoppelt und die, das Entscheidende ist, äh, das sind diese beiden Dioden, die habe ich mir sagen lassen, und zwar, ähm, eine sorgt dafür, dass, ähm, dass die, die, dass der Transistor beim Low-Pegel nicht in die Sättigung reingeht, damit kommt er schneller wieder raus, wenn er schalten muss und das andere ist, ähm, dass der, ähm, wenn der Transistor ausgeschaltet ist, also das ist quasi so eine inverse Logik, so eine Negativgeschichte, wenn der ausgeschaltet ist, dann geht der Signalpegel nicht auf die minus 20 Volt Betriebsspannung hier, sondern nur auf minus 3 Volt und das kann man sich recht leicht vorstellen, der Sprung von minus 0,5 nach minus 3 Volt, der ist sehr viel schneller zu machen, als der Sprung von minus 0,5 auf minus 20 Volt, einfach weil, weil das Delta viel kleiner ist und genau das war der Clou dieser Schaltung, ähm, sie wird create, nein, ähm, in mancher Literatur wird die Schaltung create zugeschrieben, aber es ist wohl so, das ist eine Darlington Schaltung und die wurde von Darlington 53 patentiert, ähm, ob das Crade damals wusste oder nicht, ist unbekannt. Es scheint so, als hätte es nicht wirklich gewusst. Ähm, mit der Schaltung, das ist auch hier unten die Quelle draufgeschrieben, die ist aus, aus einem, äh, CDC aus dem Contodata Manual raus und das ist so eine der Grundschaltungen, die man im, bei Contodata auf ganz, ganz vielen Modulen immer wieder findet. Also das ist quasi, darauf bauen die ihre ganze Logik, äh, ihre ganzen Logikgeschichten auf. So, dann war das das Erste, das war mehr so ein, ähm, ein Testgerät sozusagen, der ist, der Little Character, das sind dann auch solche Logikmodule, da sieht man jetzt auch wieder, das sind vier Transistoren, äh, das ist die Rückseite hier dazu, und das dann immer genauso zwei Transistoren mit ein bisschen Beschaltung außenrum, ist dann immer eine solche Schaltung. Und von diesen Modulen stecken hier ganz, ganz viele drin, immer so eine nimmt nach der anderen, die haben normalerweise da hinten dann auch zwei Messpunkte für Debugging, wo man so Osteoskop ähm, anschließen kann, gibt's dann bei neueren oder bei späteren Geräten, gab's dann auch so, so, äh, so Maintenance Manuals, wo dann genau drinsteht, du musst das Osteoskop mit eben den Einstellungen an die und die Punkte anschließen, und dann führst du das und das Kommando aus und dann muss irgendwie der Kurvenverlauf erscheinen. Wenn der erscheint, mach weiter auf Seite 38, wenn der nicht erscheint, mach weiter auf Seite 57 und dann blättert man irgendwie so weiter und dann kommt der nächste Debugging-Step. So gehen wir da durch. Ähm, ja, war eine, äh, 6-Bit-Maschine, also relativ klein nur, weil es eben wirklich als, äh, Test gedacht war. Ähm, gebaut 57, 58 in der Gegend. Und, es war eben auch schon mit dem Hintergedanken, dass man später das Ganze entsprechend groß skalieren will und, äh, schauen wollte, wie das denn skaliert. So wie verhält sich die Transistoren in der Stabilität, wenn die warm werden, äh, in der Zuverlässigkeit und solche Sachen. Und dann haben wir das Ganze größer gemacht. Make it bigger. 59 die Entwicklung, eben diese 1604 und jetzt brauchen wir wieder die Zahl von vorhin. Ähm, gerüchteweise heißt es, 1103, die ERA 1103 war die letzte Maschine, die sie bei, äh, 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 gebaut haben gemeinsam und 501 ist die Adresse der neuen Firma und das addiert, gibt dann eben 1604. Es ist wahrscheinlicher so, ähm, dass die Nummer daherkommt, dass das Ding 16k Memory hatte und vier Tape-Units konnte. das, das ist zumindest eine, ähm, ich sag mal, Augenzeugenüberlieferung aus, aus Interviews von ehemaligen, ähm, Mitarbeitern, Angestellten. Ja, ansonsten, ähm, basiert auf Germanium-Dioden, Silizium kam erst später, ähm, hatte ein halbes Megahertz-Taktzyklus und war damit zu der damaligen Zeit die schnellste Maschine der Welt. IBM hat auch versucht, solche Dinge zu bauen, die waren aber relativ abgeschlagen an, an, an der Stelle. Und, ähm, es war natürlich sehr viel kleiner als die Univec, die auf Röhren basierte, kann man sich vorstellen, so Transistoren, das ist irgendwie ein Schring um Größenordnungen. Verglichen zu, so zu einer Röhrentechnologie. Gab's dann außerdem noch, ähm, also, erst mal als 48-Bit-Maschine, so war das das Haupt, ähm, Dingens. 48-Bit heißt in dem Fall, der, äh, Adressbus, äh, ist entsprechend breit, auch die Register. Ähm, gab's außerdem noch als 24-Bit-Maschine, also halb so breit, als CDC 924, das war dann, ähm, eben, wenn man es nicht ganz so schnell brauchte, für so Business-Anwendungen zum Beispiel, es gab noch eine 12-Bit-Variante, das ist die CDC 160, die hat man häufig benutzt, an dem System als IO-Prozessor, quasi alles, was irgendwie so Richtung Band damals typischerweise ging, oder Lochkarte, war dann so ein extra Prozessor, und, ähm, es gibt noch die 160 A, das konnte man stand-alone betreiben, als so ein, so ein, ähm, ja, fast schon, äh, Desk-Side-Gerät. Gab's auch montiert in einen Schreibtisch fertig drin, das heißt, man hat quasi den ganzen Schreibtisch gekauft, und ein Teil von dem Schreibtisch war dann, äh, der Rechner integriert, und das war wahrscheinlich so das, wenn man so will, der erste Mini-Computer, den man so am Markt kennt, also wo man dann sich wirklich so, nix Großes zentrales, was man dann so am Schreibtisch so Ding hatte. Ja, so, so sah das Teil aus. Hier die Bandlaufwerke, die laufen hochkant, also eine Spule oben, eine Spule unten, die Bedienerkonsole, und das ist dann die eigentliche, äh, Rechner- und Speichereinheit. Wenn man das aufmacht, das sind dann so, ähm, auch wieder solche Module hier, gesteckt, auf so Dinge, die man so rausklappen kann, um dann eben ran zu kommen, man muss, man muss rankommen zum Debuggen im Wesentlichen. Und, äh, normalerweise ist dann eben irgendwie hinten dran, da ist ja kein Bild dabei, ähm, auch noch so, die Backplane quasi, das ist bei späteren Maschinen, ich denke, da wird es genauso gewesen sein, war das eine recht lose Verdrahtung von einzelnen Drähten, lose deswegen, ähm, damit man zum Beispiel die, die Signalwege kurz halten konnte, und die, ähm, alle gleich lang halten konnte, von einer, von einem Signalweg. Das hat zum Beispiel IBM, ähm, bei IBM war es immer so, die haben zu der Zeit, die, ähm, die Backplane oder die Signalwege, die Kabel, die Drähte, immer schön, ne, Kabelkanäle, deutsche Ingenieurskunst, ähm, alles schön verlegt, alles ganz wunderbar toll und sauber, äh, führt dann aber dazu, dass man eben, äh, irgendwelche Übersprechgeschichten leichter drin hat, äh, Signallaufzeiten sind nicht gleich, und, und solche Dinge. Und das war möglicherweise auch ein Problem, dass die eben nicht so schnell, äh, wie, äh, ein Herr Cray hier. Ja, wozu hat man die Maschine benutzt? Moment, war da nicht irgendwie noch? Nein. Wozu, nein, Quatsch, erst mal Details zur Maschine, das waren eben, ähm, eine 48-Bit-Maschine, 32K-Worte, also kann man sich das ausgleichen, 32K mal 48 Bit, das war als Core-Memorie ausgeführt, so, so, Magnetkern-Speicher mit, mit so Drähtchen durch. Der erste Kunde war die US Navy, von da kommen die her, die Verbindungen hatten, haben noch funktioniert, und zwar für ein Fleet Operations Control Center, F-O-C-C, ähm, an mehreren Standorten. Genau, das habe ich schon erzählt, von der 12 und der, die beiden 12-Bit-Versionen. Interessant war, im, die, die drei Most Significance Bit im Akku, die waren verbunden über einen, die A-Wandler an einen Verstärker. Das heißt, die haben quasi, damit konnte man Musik machen, mit den drei Bits. Und, ähm, das konnte man zum Beispiel auch nutzen, zur Fehlersuche oder, äh, zum Debuggen. auch da gibt es dann so Geschichten, wenn man zum Beispiel, das benutzt hat und gehört hat, dass, ähm, immer die gleiche Melodie kommt oder so, dann konnte man relativ stark davon ausgehen, dass das System in irgendeiner Endlosschleife hängt, weil dann immer wieder repetierende Muster, äh, laufen. Und, gerüchteweise gab es, äh, Operators, die anhand der Melodie, die da gespielt wurde, sagen konnten, entweder was gerade die Maschine gemacht hat, oder an welcher Stelle im Programm sie gerade war, weil es ja zum Teil ganz charakteristische, äh, Muster offensichtlich waren. Der, der Aufbau, ähm, der 32K waren in, in zwei Bänken, so je 16 Kilobyte, ähm, nein, nicht Kilobyte, 16K Worte. Und, ähm, die Aufteilung war, dass die eine Bank hatte die geraden, die andere Bank die ungeraden Adressen. Der, der Memory Cycle Time, die Memory Cycle Time war 6,4 Mikrosekunden. Das Ganze hat man dann Phasen verschoben, um 3,2, also genau um die Hälfte, und hat quasi erst die eine Bank, dann die andere Bank ausgelesen, mit jeweils dem Phasenversatz. Und es führt dazu, dass man eine mittlere Zugriffszeit bekommt von 4,8 Mikrosekunden, was zu der Zeit schon recht beachtlich war, auf den Speicher. Die Leistung der Maschine wird angegeben mit ungefähr 100.000 Operationen pro Sekunde. Ende der 50er. Verkauft 1960, das erste Stück. Was hatte ich noch drauf? Achso, ja genau. Benutzt hat man es eben, das ist immer der Anwendungszweck, Erdölsuche, die Software dazu hieß Masquerade, das war dann eben so, das war für die, so eine Textmustererkennung, wo man dann quasi in bestimmten, wenn man so Ölfelder durchsucht hat, dann gab es offensichtlich Textdateien, oder wo das dann irgendwie festgehalten war, und man hat dann auch bestimmten Mustern gesucht, und das war eben eine so Anwendung auf dem Dingens hier. Flottenstellung habe ich schon erzählt, das nennt sich dann Automated Control Environment, das war eine Installation von, man könnte es nachlesen, ich meine irgendwie so 10 bis 12 solcher Maschinen, das ist ja schon recht beachtlich, schon ein bisschen eine Menge, und dann eben auch Steuerung für Interkontinentalraketen, die damals so die ersten auf den, nicht auf den Markt, aber in die Welt kamen, das ist dann der Minuteman One, das war so die erste Kontinentalrakete, die damit gesteuert wurde, in diesen Silos, gab es dann normalerweise immer zwei so Maschinen pro Silo, die dann eben zur Störung von der Rakete da waren, und es gibt einen, ja ich will nicht sagen Nachbau, aber eine russische Variante, BES-M6, von ungefähr 10 Jahre später, die war absichtlich softwarekompatibel gehalten. Ob es jetzt wirklich kopiert war oder Eigenentwicklung und die nur irgendwelche Daten hatten, um es kompatibel zum Mikrocode zu haben, weiß ich nicht, war jedenfalls sehr viel schneller und war eben in Russland stark im Einsatz. Ja, das waren so die, die erste Kunde war die Navy, diese Postgraduate School hat welche bekommen und dann sieht man schon, dann zieht es irgendwann einmal so, zieht es sich nach, dann kommen Universitäten, Industriebehörden, dann kommt irgendwie die Privatwirtschaft mit Lockheed, State of Israel lustigerweise, finde ich irgendwie irritierend, und eben dieses Lawrence Livermore National Laboratory für die Nuklearwaffenentwicklung, die eben auch immer so das größte, schönste, schnellste haben wollten, was so aktuell da ist. Ja, der Aktienkurs ist dann entsprechend gestiegen von einem Dollar auf neun Dollar, später war er dann 135 Dollar mal irgendwann, also die waren schon sehr erfolgreich. Führte dazu, dass das erste Mal ein größerer Investor daherkommt und dick Geld investiert, die haben auch eine Versicherungsfirma, die haben dann auch sich eine ganze Reihe von den Dingen in den Keller gestellt für finanzmathematische Berechnungen und nachdem das Ding jetzt auf dem Markt war, fertig entwickelt war, war ein Herr Cray frei, wurde dann kurz eingesetzt bei einer CDC 3000 mitzuarbeiten, das war so ein Zwischending, das sollte eigentlich nicht so der Supercomputer sein, sondern mehr so das Gerät für die, ja für das Business, für das Business Computing, so Banken, Versicherungen, so die Richtung. Da war er kurz dabei, das war ihm dann sehr schnell zu kommerziell, er wollte immer so das größte, schönste, beste bauen, mit den irgendwie schnellsten Bauteilen, die man so kriegen konnte am Markt und ist dann eben umgestiegen auf die nächste Entwicklung. Ein Punkt noch, diese LLNL Leute, Lauren Silvermore, die haben auf, zum einen wollten sie immer das schönste und schnellste haben und sie sind auf einer User-Konferenz über das Programmers-Manual zu 1604 gestolpert und haben da ein bisschen so reingeblättert und stellen fest, dass das sehr übersichtlich und sehr simpel ist zu programmieren, haben dann nachgefragt, ob es wirklich so ist, bei einem Anwender, ja, der hat das bestätigt und das war dann auch so ein Entscheidungsgrund, diese Maschinen zu kaufen, weil die offenbar sehr viel einfacher in der Programmierung waren, angenehmer in der Programmierung waren, hat offensichtlich der Designer auch so ein bisschen an den Anwendungen und an den Programmierer gedacht beim Design der Maschine, als er von Anregungssystemen bekannt war, in der Zeit. Es hat sich dann auch natürlich rumgesprochen, dass es bei CDC jemanden gibt, einen jungen Ingenieur, gerade über 35 Jahre alt, der halt mal eben IBM in die Tasche steckt und Sparrow-Land in die Tasche steckt mit seinen Ideen und das sollte sich dann noch ein paar Mal wiederholen, solche Geschichten. Herr Cray beginnt dann eben mit der Entwicklung der CDC 6600, das ist wahrscheinlich so eine der berühmtesten Supercomputing-Dinger aus den USA von Contra Data. Danach kommt dann die 7600 und dann die 8600, da wurde die Entwicklung eingestellt und aus der 8600 wurde dann später die Cray 1. Also das ist so der Ausblick. Ich bin jetzt hier an der Stelle erstmal fertig mit dem Teil, es wird dann nächstes Jahr hoffentlich weitergehen mit der eben der 6600 und der 7600, wo man dann ein paar so Design-Details auch wieder sieht, dann steigt man plötzlich um von solchen Karten, dann werden die irgendwie, kommen zwei Karten, wo dann die Bauteile dazwischen sind, die Widerstände, also so andere Module. Ja, da passiert ja ganze Menge zu der Zeit. Ja, das würde ich dann aber auf nächstes Jahr verlegen und bin damit mit meinem Teil durch. Ich habe hier noch, wer es runterlädt, hinterher die Quellen dazu. Das ist das einzige Buch zu dem ganzen Thema Cray, gibt es leider nur in Englisch, ist aber trotzdem lesenswert, wie meint der Bekannter kürzlich, das sei mehr ein Wirtschaftskrimi als ein Computerbuch. Ansonsten gibt es eine ganze Reihe Interviews und Papers dazu, natürlich auch Handbücher. Es gibt auch ein paar Vorträge. Bei einem, ich glaube, bei dem hier steht dabei, dass es der einzige Vortrag von Cray wäre, das ist falsch, es gibt noch einen zweiten sehr guten, auch auf YouTube. Bei dem erzählt er dann so ein bisschen, es ist dann schon weiter in die Zukunft gegriffen, Cray 3, da ging dann der Weg von Silizium zu Gallium Arsenid und was er irgendwie noch schneller schalten konnte, ist aber nichts daraus geworden. Ja, Handbücher sind von den Systemen tatsächlich zu kriegen, auf Archive.org oder Bitsavers.org legen sie auch rum, das ist gespiegelt. Das heißt, man kann auch mal im Detail nachlesen, wie dann der Aufbau war, da gibt es so Security Operations Manuals zum Beispiel, es gibt relativ genaue Beschreibungen der CPU, also wer da sich rein vertiefen will, gibt es eine Menge Betätigungsfelder. So, damit bin ich fertig. Danke für die Aufmerksamkeit und wäre noch für Fragen offen. Ich bin auch noch so ungefähr eine halbe Stunde da und dann muss ich zum Zug, weil ich wohne nämlich irgendwie kurz vor Salzburg. Danke. hast du zufällig noch ein Bild von der 6600? Beim nächsten Mal. Okay. Also das Bild gibt es nächstes Mal von der 6600, ist aber recht ähnlich zu der 1604. So vom Grund, es ist einfach ein Schrank mit Modulen drin, nur die Module sind ein bisschen anders. Die 7600 wiederum, die ist dann anders aufgebaut, die hat dann so ein so ein Vierer, ja so ein Kraschenden Grundriss quasi mit vier Seiten. Was kostete die Maschine damals so Standardausstattung? Ah, okay. Das hängt ein bisschen ab von dem Umfang, was der Kunde haben wollte, wie groß und so weiter, aber man kann davon ausgehen, zur damaligen Zeit zwischen 5 und 9 Millionen US-Dollar. 5 bis 9 Millionen US-Dollar Stückpreis. Und da ist man auch, interessanterweise, wenn man das mal mit aktuellen Supercomputern ansetzt, jetzt vielleicht nicht so diese ganz großen Dinge, wie sie in Jülich stehen oder an der TU München stehen, aber so ein größeres System, das eine Firma irgendwie im Keller stehen hat oder Forschungssystem zum Beispiel im Keller stehen hat, da ist man aktuell auch so dabei mit 2, 3, 4 Millionen Euro ungefähr. Das ist natürlich viel Leistung, da sind auch noch die Platten mit dabei und so Kommunikationskomponenten, Switches und der ganze Kram. Aber sagen wir mal so, wenn man das Aktuellste, Schnellste, Neueste haben will in so einer halbwegs benutzbaren Form, ohne gleich ein Riesengebäude dafür bauen zu müssen, dann ist man wahrscheinlich preislich so über die letzten 40, 50 Jahre immer in ungefähr in der gleichen Preisregion. natürlich Inflation und so weiter nicht berücksichtigt. Ja, dann keine Fragen mehr. Danke. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.